Schimärenhorst Das Ende rückt näher. Die Zeit ist gekommen. Forschung abgeschlöss. Ich kann nicht mehr warten. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Abgeschlöss. Dann sind wir eigentlich schon fast fertig mit den ganzen Extras. Da geht es zur Illidansbasis. Da geht es zur Illidansbasis. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon fast alles außenrum erforscht. Gut, so mega viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Aber ja, da geht es dann schon Richtung Beschwörung. Aber ganz ehrlich, jetzt noch eine weitere Goldmine zu besetzen. Ich will nicht. Raus damit. Wir müssen uns sputen. Okay, und wir sehen hier. Wir sehen, ja, wir sehen. Ja gut, wir sehen die Erschütterung, tatsächlich. Also, ja. Es erschüttert. Ich werde die Jagd beenden. Hey, da kommen wir auch rein. Okay, gehen wir mal das gesamte Gebiet außenrum. Durch. Ah, das ist gemein. Die Naga können dadurch. Wir nicht. Außer mit Fluganheiten. Ich kann nicht mehr warten. Ja, und wir sehen übrigens auch das ehemalige Dalaran, das Illidan jetzt besetzt hat. Schon böse. Das Ende rückt näher. Schon irgendwie gereist. Ich kann nicht mehr warten. Hm. Ich habe schon abgeschlossen. Weitere Upgrade. Ich mache einfach mal alles durch. Euer Gebäude ist fertig. Machen wir auch eine schöne. Mohnen. Mohnen. Euer Gebäude ist fertig. Ich glaube, das ist so ein Problem von den Bergwiesen, oder? Die haben eine ziemlich schlechte Lebens... Euer Gebäude ist fertig. Oder gar keine Lebensregeneration. Hm. Hm. Irgendwo muss halt ein Haken sein. Lass dich mal heilen. Sag mir bitte... Wollte schon gerade sagen. Sag mir nicht, die können nicht geheilt werden, ey. So, machen wir doch die bessere Ausbildung für die Kranen. Dann die Schimäre. Urtum der Wunder. Geht ja, glaube ich, gar nicht mehr so viel mehr. Wo ist denn das Ding? Wo war denn der? Da. Und die Magie trank. Eine Giftkugel. Hm. Was war das? Kumpstab der Bewahrung. Teleportiert. Eine angewählte Befreundete Einheit zu ihrem Rathaus mit der höchsten Stufe. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Wapp, wapp. Ja, die greift weiter. Hm. Ich möchte immer noch diese Basis zerstören. Das Ende rückt noch. Ich bin da heiß drauf. Ich werde die Habe lassen. Ich glaube, ich nehme jetzt sogar tatsächlich mal die Werferinnen mit. Kann ja vielleicht gar nicht so schaden. Geheim wird entweiht. Och nö. Lass mich doch in Ruhe. Geld hast. Kannst du aber bitte kommen? Illidan will. Illidan ist böse. Illidan tut mir weh. Wunder wie der Herstellung. Stellt, wie ich weiß, Mana und Gesundheit gleichermaßen wieder her. So, jetzt habe ich gleich eine Chimäre. Jetzt kriege ich hier so aufs Maul. Extra Schaden gegen... Ja. Schwere Rüstung. Und die Mimedonen haben schwere Rüstung. Chimären haben leicht. Bei Sticht und Magie angriffen zusätzlichen Schaden. Magie macht ziemlich... Magie macht bei ziemlich viel Sachen extra Schaden. Das ist cool. sowohl über leicht als auch beschwert. Krass. Gefällt mir. Noch eine Chimäre, bitte. Mal der Kralle. Nehmen wir auch mal mit. Gerechtigkeit wird geschehen. Forschung abgeschlossen. Hi. Ihr wolltet mich bestimmt angreifen, oder? Ihr Schlinge. Sauron, hör auf damit. Geht mir gerade durch den Kopf. Das Auge. Hm. Neuer Baum. Warum? Ja, ganz genau. So, dann machen wir noch einen Brunnen hier hin. Ist doch besser, so ein bisschen zentriert zu machen. Dann hole ich auf jeden Fall noch einen weiteren... Sieben Nahrung! Fuck! Ja, noch ein weiterer Nachteil. Das ist schon gemein langsam. Krallen-Droiden. Übrigens, was mir schon mal aufgefallen ist, sowohl die... Also auch vom normalen Warcraft her. Sowohl die Menschen waren in blau, als auch die Nachtelfen waren in blau. Es sind zwei Völker, die eigentlich in blau waren. Die Horde der Orks war in rot. Der war so ein kleiner Lieder. Das Ende rückt näher. Jetzt hier vielleicht auch zur... Ah, eine Hintertür zur Untotenbasis, wie es scheint. Ich werde die Jagd behalten. Da könnten wir eigentlich schon fast einen Zwei-Fronten-Angriff führen. Entweder das, oder wir probieren mal, ob wir hier mehr Schaden anrichten. Könnte auch sein. Käpt'n in Aureka-Maske, Helm der Ehre. Kraftbewegung für Rui. Das ist echt ungeschützt hier. Ziemlich ungeschützt. Relativ. Verhältnismäßig. Euer Gebäude ist das Ende rück näher. Abseits von den Wacht... Boah, zack. Bogenschütze sind mir geflext. Ich kann nicht mehr warten. Und mal feuern. Au, Mann. Kommt hier ein Schaden durch. So, Facht. Hm, 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 hm. Ich mal wieder nur auf die Defensive achte. Aber ich hab so das Gefühl, dass wir hier ziemlich aufs Maul kriegen. Ich will die Jagd beenden. Woher ich das... diese Erkenntnis nehme? Ach, ich weiß ja nicht. Oh, nee. Ich glaub immer noch, dass es nicht gedacht ist, dass wir das schaffen. Gut ist es ja auch irgendwie nicht. Wir verleuten unsere Zeit. So, den noch und wiederbeleben. Gerechtigkeit wird geschehen. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus mittlerweile, jetzt dank der Wiederbelebung und allem. Bäume. Hm. Du heilst hier schnell. Hier, heilt euch gegenseitig. Du heilst alle. Nee. Heile, heile Gänzchen. Yay, wir brechen durch. Ich hoffe, ich kriege jetzt ein Bonbon dafür. Und mehr Naturgewalt. Und jetzt können wir mal eigentlich eine Verstärkung dazu schicken. Mehr Schimären. Keine Ruine. Hier. Und dann... Ah, die Gliefwerferin. Stimmt. Wie schaut's hier aus? Ja, geht noch. So, ein paar Bogenschützer sind denn noch auf jeden Fall. Brauche ich mal wieder so eine altbewährte Kombination. Hier geht alles in Ordnung? Hier geht alles noch ganz gut. Der Paladin kommt auch noch ganz gut klar. Maiev hat leichte Probleme. Heilen, bitte. Der Bergriese. Stimmt, ich hab's schon wieder vergessen. Hi, da kommt ja ein Priester mit. Cool. Ach, der ist einfach nur zum Hallen mitgekommen, denke ich mal. Du machst mal wieder Gottes Schild. Gibt's mit so viel Schaden. So. Diese Türme übrigens, die Nerubentürme. Ihr seht, die machen relativ wenig Schaden. Aber das... Hm... Nein, man merkt's jetzt noch nicht mal. Ich glaub... Oder die machen verlangsamt nur. Ich weiß es grad gar nicht mal ganz genau. Aber wir sehen spätestens... Geil! Kälters greift mit an. Cool. Das ist Unterstützung genau, wie man es hier gerade braucht. Aber auf die gehen wir noch genauer ein in der Untoten-Kampagne. Die gibt's ja schließlich auch hier. Wie gesagt, es gibt... Für jede Fraktion wird eine Kampagne, außer für die Orks. Für die gibt's dann diese Bonus-Kampagne. Die Gründung von Durotar. So. Du kriegst gleich noch mal einen Baum. Wow, 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 wow. Wir haben ja nahezu gar nichts mehr von unseren alten Helden. Irgendetwas stimmt die Sucht. Du machst noch mal Bäume. Dann machst du Heilung. Äh, Heilung ist schlecht. Du machst aber mal Rache. So. Untotenbasis. Adi. Jetzt wird's aber echt knapp mit Illidans Basis. Von daher müssen wir uns ein bisschen beeilen. Hätte es für möglich gehalten, wenn's knapp wird. Unsere Krieger greifen den Feind an. So. Weiter ausbauen, bitte. Oh Gott, Illidan. Hör doch auf damit. Das ist doch kacka. Mana Leuchtfeuer. Ach, das macht er einfach nur in der G-Punkt. Äh, okay. Okay, ich denk mal, wenn jetzt Zauber auf den Feendrachen gewirkt werden, wird das quasi extra Schaden verursachen. Oh, da hat's so eine Art Aura. Das kann auch sein, dadurch. Wow, ein Lebenspunkt. Ja, Heilige. So. Illidan. Oh, Illidan haut Kelters aufs Maul. Ach, Kel. Was machst du auch? So. Haben wir den Rest noch kaputt? Dann gehen wir zurück. Hm? Hm, hm. So. Ähm, die will ich auch noch. Oh, schon wieder Holz. Haben wir es doch noch geschafft mit der Basis, aber ich bekomme nichts dafür. Ich hätte mir schon gedacht, dass es ja vielleicht irgendwo noch Items gibt, die ich bekomme dafür oder so. Aber nein. Das war ultimativ optional, das hier zu schaffen. Aber wir haben es gemacht. Wir haben hier unsere Zeit. Nö, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nö, da ist nichts mehr. Schade. Aber gut. Untoten, adi. Jetzt könnt ihr Kelters mit dafür im Angriff helfen. Jetzt muss es sich ja auch nicht mehr verteidigen. Dieses Land und ich bin ein. Das war jetzt echt knapp. Ich glaube, wir nehmen den direkten Weg. Das können wir dafür hier oben nicht mehr ganz erkunden. Aber das war mir jetzt irgendwie wichtig. Das war mir jetzt eine Art Challenge, das zu schaffen. Greifen wir von dort unten an. Nehmen wir den direkten Weg, wie gesagt. Sollten wir dann doch noch ein bisschen Zeit übrig haben, können wir noch ein bisschen ausscheren. Aber ansonsten gehen wir jetzt mal volle Kanne auf Sturmangriff. Ja, mehr Mundbrunnen ist auch eine Idee. Da ist noch ein Irrwisch. Du könntest mir immer noch mal ein Verteidiger-Otom machen, weil weiß man nicht, wie damit da kommt. Im Notfall waschen wir einfach durch und machen schnell die Beschwörer kaputt. Das dürfte im Notfall schon irgendwie funktionieren. So, der Rachegeist ist auch mit dabei, ja wunderbar. Ihr kommt mal da rüber. Ich versuche euch mal Truppe 1 so gut es geht zu verstärken. Oh Gott. Machen wir es nur erst mal. Und Angriff. So viel zum Thema irgendwie taktieren oder so. Jetzt wurde mir schon so in den Kampf getrieben. Jetzt machen wir einfach ein Sturmangriff, komm. Die Helden tanken. Sehr schön. Das funktioniert. Und weiter vorwärts. Malve, du gehst mal vor und machst mal eine schöne Rache. Machst auch einen schönen Dolchfächer. Also mit dem Helden hier kann man sehr, sehr gut handeln. Oh, die Königswache. Die ist schon wieder so böse. Mach es weg. Mach es tot. Geht gut voran. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche, obwohl, nee, so viele Geheimnisse wird es ja nicht mehr geben. Und da sind wir schon bei der Hauptbasis der Naga angekommen. Okay, kommst du mit? Könnte ich jetzt gebrauchen? Die Jagd wartet. Hm. Bäume. Wer bist du? Ach, schon bitte Lady Serpentina. Was ist denn eigentlich mit Lady Vashi, die wir mal gesehen haben? Umzeit krisse ich eigentlich nicht. Die uns von dem Schicksal der Naga erzählt hat. Du belebst mal bitte. Die Richtigkeit wird geschehen. Paladin-Heilung. So, jetzt kriegen wir sogar ein bisschen mehr die Leute hier rein. Sehr schön. Yeah. Vermesselt. Hier sind wir meine zwei. Oh, Mist. Stimmt. Oh, ich denke immer... Natürlich, das sind diese Quartel von denen. Ich habe immer so... Ich denke jedes Mal... dass das meine Feendaten sind. Dabei sehen die ja ganz anders aus. Oh, und doof. Oh, oh, oh. Weil ich jetzt mal... Einfach so aus Frust. Das könnte jetzt trotzdem noch knappen. Obwohl, da hinten ist es ja schon. Und irgendwie ist Illy dann immer noch vom letzten Angriff tot. Deswegen mischt er sich gerade gar nicht so richtig ein. Passt aber. Bin ich zufrieden mit. Noch ein paar Bogenschütze dann bitte. Dann hier noch ein bisschen was. So. Verstärkungen bitte. Wow. Wow. Oh Gott. Nicht mehr genug Mana. Jetzt wird es langsam problematisch. Was sagen? Entweder der Dolchfächer oder ich mache das Ding hier. Weil der Myrmidon wird schon ziemlich gemein sein. Den müssen wir schnell wegkriegen irgendwie. Paladin. Gottesschild. Maiev heilen. Und bei dem wird das Manaus auch knapp. Wir bräuchten jetzt mal echt fast den Brunnen der Wiederherstellung oder so Späße. Maiev, hilf mal hier mit. Der muss schnell weg. So. Alles klar. Oh ja. Oh ja. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit übrig. Ich würde sagen, wir zerstören mal weiter. Fröhlich. Die Königswachen, die man hier sieht. Diese Übleinheiten, die quasi die Höllenbestien der Naga sind hier sogar schlimmer als die Höllenbestien. Die sind nur begrenzt verfügbar. Die sind geskriptet hier. Die kann der Feind nicht bauen, meines Wissens nach. Dementsprechend sind die, die wir jetzt getötet haben, weg. und kommen so schnell nicht mehr. Halber noch ein bisschen. Aber die normalen mit uns sind trotzdem alles andere als unnervig. So, mal weiter. Mal zurück und alle konzentriert auf einen Punkt. Den Namen Uthwin. Wunderbar. Machst du gut. So, machen wir hier noch die Träume kaputt, die Nerven. Warnung, noch zwei Minuten bis zum Ende der Beschwörung. Hm. Ich sollte es mal lieber nicht so spannend machen, oder? Oh Gott. Diesen in der Zwischenzeit. Nein. Eigentlich wollte ich ja, dass du den Paladin einfach irgendwo drauf haust. Ich glaube, ich sollte mich langsam mal konzentrieren, vielleicht doch schnell die Beschwörung kaputt zu machen. Wir können hier nicht mehr großartig erkunden. Von daher, doof da. Macht sie kaputt. Ich kann nicht mehr warten. Die Schuldigen werden leiden. Bevor es zu knapp wird. Die Zeit ist gekommen. Komm, Schimären. Die Jagd wartet. Ich brauche noch mehr Schimären. Habe ich nicht noch mehr da? Wir vergeuden hier unsere Zeit. Wir sind ein bisschen sehr, sehr stark knapp. Gerechtigkeit wird geschehen. Okay, eine haben wir. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Furion, deine Wucherwurzeln helfen mir ebenfalls. Das wird schon wieder so eine ultra-knappe Sache. Unglaublich, ey. Aber es haut noch hin. Es soll geschehen. Die Jagd wartet. Was bedroht es? Puh. Werden wir erobert? Zum Glück habe ich nicht länger gezögert. Unsere Krieger greifen mit. Nein. Der Zauber ist nicht fertig. Er ist nicht fertig. Es ist vorbei, Bruder. Hier endet euer niederträchtiges Ränkespiel. Elidan Stormrage. Da ihr vorsätzlich zahllose Leben gefährdet und das Gleichgewicht der Welt selbst bedroht habt, verurteile ich euch hiermit zum Tode. Euretwegen ist zu viel Blut vergossen worden, Elidan. Noch jetzt spüre ich, wie das Land Norsrent unter eurem Zauber erbebt. Diesmal reicht Gefangenschaft nicht aus. Ich werde ihn persönlich hinrichten. Naren, begreift ihr denn nicht? Der Zauber, den wir kanalisierten, galt den Untoten, unserem gemeinsamen Feind. Ich hatte den Auftrag, Eiskrone, die Festung des Lichtkönigs, zu zerstören. Ohne Rücksicht auf den Preis? Euretwegen ist Tyrande tot. Was? Verzeiht, Lord Stormrage, aber die Priesterin könnte noch am Leben sein. Sie wurde stromabwärts gerissen, aber es wäre verfrüht davon auszugehen, dass... Schweigt, Kel! Ihr sagtet mir, sie wurde in Stücke gerissen. Ihr habt mich belogen. Unser vordringlichstes Ziel war es, den Verräter zu fangen, Shando. Ich brauchte eure Hilfe. Ich wusste, ihr würdet nach ihr suchen und unsere Chance zunichte machen. Ich, ich... Und wer ist jetzt der Verräter, Weib? Ich muss auf der Stelle zu ihr. Furion, glaubt mir. Ihr wisst, dass ich Tyrande allen unseren Differenzen zum Trotz nie ins Verderben laufen lassen würde. Lasst mich euch helfen, Bruder. Meine Nager können den Fluss für uns ausspähen. Lasst mich wenigstens das tun. Wohlan denn. Was? Nach allem, was er getan hat, traut ihr diesem Verräter zu? Schweigt! Um euch kümmere ich mich später. Gehen wir, Bruder. Hm. Interessante Wendung, oder? Aber es war klar, dass, ähm... Dass Maiev das, was er losgeschleudert hat, wieder zurückbekommt. Also, ja, Keltas wusste es halt eben auch. Er hat es halt eben auch gesehen, dass Tyrande eben nicht zerrissen wurde. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis das ans Licht kommt. Und das hat Illidan jetzt mehr oder minder gerettet. Und er arbeitet jetzt mit uns zusammen. Im Übrigen wurde jetzt wieder die Katze aus dem Sack gelassen. Das, was ich auch schon gesagt habe, was wohl gut möglich ist, dass sein Zauber den Untoten galt. Und zwar dem Lichtkönig persönlich. Aber gut, das war, ja, die vorletzte Mission meines Wissens nach. Und, äh, ich muss echt sagen, dass ich die unglaublich verpeilt angegangen bin. Aber es hat irgendwie funktioniert. Wir haben sogar die Untotenbasis zerstört. Von daher kann man nicht klagen.